Munsch, Chemiepumpen und Kunststoffschweißgeräte in höchster Qualität aus dem Westerwald. Mit unseren innovativen Produkten sind wir der Spezialist für Kunststoffpumpen zur Förderung aggressiver und abrasiver Medien und weltweiter Markt- und Technologieführer im Bereich Kunststoffschweißtechnik. Der Name Munsch steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Know-how. Wir beraten sie umfänglich auch vor Ort und bieten ihnen so individuell angepasste Lösungen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz. Unsere Entwickler und Ingenieure konstruieren und optimieren Pumpen für individuelle Förderaufgaben. Zukünftig geht der Trend zum personalisierten Produkt. Die Digitalisierung wird uns allerdings helfen, diese Varianz in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig werden wir unsere Produkte intelligent machen und letztendlich auch unseren Kunden dann die Möglichkeit zu geben, variantenreich zu produzieren. Die besonderen Qualitätsansprüche unserer Kunden erfordern Präzision und Prozessstabilität bei der Herstellung. Die Kunststoffteile fertigen wir auf eigenen Produktionseinrichtungen. In unserer hausinternen Oberflächenbeschichtung erfüllen wir die Kundenwünsche und bringen Farbe in die Welt. Ich bin stolz drauf, Munsch mit meiner Farbbestellung weltweit zu präsentieren. Die Einzelteile werden der Montagelinie Just-in-Time zugeführt. Wir produzieren nach modernsten Methoden und kontrollieren und dokumentieren die einzelnen Fertigungsschritte. Jedes Produkt verlässt erst nach einer vollständigen Prüfung das Werk. Mit unserem Qualitätsanspruch sichern wir somit den Erfolg unserer Auftraggeber und das erfüllt uns mit Stolz. Ich bin stolz darauf, dass unsere Kunden mit hochwertigen Munscherzeugnissen erfolgreich sind. Die Welt ist unser Markt. Wir denken und handeln global. Seit über 50 Jahren arbeiten wir nach unseren Grundsätzen effiziente und zuverlässigen Lösungen mit dem Blick auf Details. Das Unternehmen Munsch wurde 1964 von meinem Vater gegründet, damals mit drei Mitarbeitern. Heute haben wir 130 Mitarbeiter. Dazu kommen dann noch zwölf Auszubildende. Munsch ist ein verlässlicher Arbeitgeber für die Region. Unsere kompetenten Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs.